So, einmal eben zu dem Wegpunkt und dann zu der Fertigkeits-Ausforderung. Also, die hätten wir. Die, 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 die. Wird gerade sogar gemacht. Vielleicht schaffen sie noch rechtzeitig hin. Nein, schaffe ich nicht. Ah, noch schaffe ich. Ich fühle mich riesig. Ja, wow. Okay, sind wir hier noch? Warum sind die da? Gibt es da noch was? Nein, gibt es nichts. Okay. Oh no, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn du nicht aufpasst und ich bin am Gift noch gestorben. So. Rückzug! Okay. Hast du Gift. Gift, 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 Gift. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Oh. Ein Bergwerk. Sehr cool. Okay, repariert Baumaschinen, sprengt Steinhaufen und tötet Schaufler und bringt Schaufler. Schauflerlöcher zum Einstatt. Wo sind Schauflerlöcher? Da, was ist denn das? Fauler Bergarbeiter, du. Die Legion ruft. Macht schnell. Na ja. Vorwärts jetzt. Hier. Faulerarbeiter, was ist denn das? Malwurfbrüchel. Das ist ja witzig. Nur zu. Haha. Yeah. Ah, jetzt hab ich verpasst. Mist. Spatz. Kann man das nochmal? Na. Okay. Man kann nur einmal. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Fatz. Fatz. Da hau ich dem Maul durch einen Wirf auf den Kopf. Das find ich, find ich klasse. Okay. Okay. Schlageisen aus den Bergen. Geht's dir nun und nicht im Zwergen. Hau den Lukas für Armee. Gleich hab ich's geschafft. Was ist jetzt? Oh jetzt sind keine mehr da. Okay. Jetzt geht hier irgendwie die Party ab. Verhindert dass die Schaffler die Ausrüstung schlagen. Ich fühle mich riesig. Wie gesagt will ich jetzt hier bloß noch mein Dings fertig bekommen. Rückkopplungsschleife gestartet. Da blinkt was. Warum blinkt das? Wenn du das hier schwerer Ausrüstung schläfst. Na vollständig. Okay dich muss ich töten. Ach hab ich. Ja gut aber das äh ich bitte jetzt gar nicht bei dem Event teilnehmen. Sowas hebe ich mir mal auf für irgendwann. Oh Gott das sieht aus als könnte man dann da hoch. Hoffentlich kann man das. Aber jetzt erstmal zum Herzchen. Wo ist das Herzchen? Da ist das Herzchen. Weil das Herzchen jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit beschäftigt sein wird mit ihm. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mit ihm reden. Die können uns nicht mehr beklauen wenn sie tot sind. Nur ein toter Schaufler ist ein guter Schaufler. Ich will jetzt. Okay kann ich während dem Event nicht. Dann versuche ich doch mal während des Events jetzt hier nach oben zu gehen. Es fehlt an Ausdauer. Mhm. Absolut. Zeig mir dir mal das ganze hier. Aber das sieht so gut aus. Ich. Das ist doch bestimmt der Jumping Puzzle da noch irgendwo. Muss doch quasi ein Jumping Puzzle sein. Wenn da kein Jumping Puzzle ist. Wo soll dann ein Jumping Puzzle sein? Also wobei ich weiß eigentlich ganz genau wo hier ein Jumping Puzzle ist. Beziehungsweise. Aber es ist ein Fertigkeitspunkt glaube ich. So. War da jetzt eigentlich irgendwas hier? Aha. Ihr seid Gegner. Event ist gescheitert. Okay. Egal. Achso. Jetzt kann ich mir aber mal geschwind nochmal gucken was der hier hat. Sieg um jeden Preis. Kommen wir uns Streitkotten. Nee. Okay. Nicht zusammen. Ja wir gehen mal nochmal da hoch. Wer weiß was da. Vielleicht kommt man da zu diesem Fertigkeitspunkt oder so. Ob ich da immer noch gern hoch möchte. Hm. Naja. Vielleicht mal wann anders. Uh. Jetzt gibt es schon ein Silber. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Silber ist nicht schlecht. Okay. Oh. Um mein Bein. Bitte. Schwalbe. Schwalbe. Was sind wir denn hier? Oh. Ich renne jetzt hier einfach durch. Rückzug. Okay. Haufen Champignons sehen es dir jetzt geben. Brauche ich aber nicht. Was heißt brauche ich nicht? Ich habe jetzt keine Lust hier einzusammeln. Okay. Hier sieht es auch gut aus. Roter Schleim. Oh. Zepter des Bessers. Das Hydro. Irgendwas. Ja. Ach was. Ah ja. Ah ja. Du. Schneller geht's. Au. Au. Der Weg geht da. Vitalität wieder hergestellt. Ach. Jetzt habe ich da was gekriegt. Okay. Habe ich nicht vorhin auch mal was gekriegt? Ui. Hier. Hatte ich da viele? Okay. Ach. Wunderbar. Aber hatte ich nicht vorhin auch einmal irgendwas? Oder habe ich den dann? Kann natürlich sein, dass ich den schon genommen hatte. Okay. Gut, gehen wir mal hier irgendwo wieder raus. Das Glücksgefühl, etwas Neues zu entdecken. Ich lasse ihn in Ruhe. Ist das nicht toll? Und sein Leben alleine genießen. Ach, das erinnere mich doch. Das kenne ich doch an, klar. Da konnte man so hoch auf den Turm. Das war gar nicht so leicht. Aber die Fertigkeitsherausforderung? Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Was man hier steigert, steigert die Moral der Blutleger und zerstellt die Trieböcke und Kanonen der Geister in den Ruinen. Da ist der Promo. Da ist er. Da ist er. Genau, da springen schon die ersten Reihen. Da will ich auch hin. So, und den habe ich jetzt nicht. Achso, das ist ein kommuniziert Ding. Ja. Gut. Dann gehen wir mal da wieder raus. Das war so eines dieser Aha-Erlebnisse in der Beta, das weiß ich noch nicht. Irgendwo einfach in den Brunnen reingesprungen aus Spaß und zack. Ne, das war alles. Das war also nicht mehr woanders. Das war schon irgendwie dann klar, aber das dann plötzlich etwas ist, was es nicht. Was ist das hier? Ha! Ha! Jetzt. Musste das sein, ja? Musste das sein. Ha! 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 Habe ich jetzt hier einen Veteran? Gut gemacht. Nicht vielleicht irgendwie ein Jumping Puzzle. Das irgendwie weiter geht oder so. Huh? Nee, eher nicht. Okay.